Okay, Ladebalken. Der brüchige Gronkh lag Ladebalken. Mal gucken, ob wir weiterkommen. Ah, willkommen zurück bei Painkiller. Wo sind wir denn hier gelandet? Wie sind wir überhaupt hier reingekommen? Gute Frage, die Frage der Fragen. Achso, die muss ich abbannern. Jawoll, Münzen, Münzen, ich liebe Münzen. Bisschen Muni, oh ne, jetzt geht es gleich los, es geht gleich los. Sieht das nicht geil aus? Ist das nicht geil gemacht? Für die Grafik finde ich das richtig gut. Äh, da, hallo? Der Sperr, nehme ich hier ein. Ich will jetzt ein bisschen Wein trinken. Kann man nicht die Wein öffnen? Ey, ich will Wein. Ich will besoffen werden. Ha, 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 von wegen, junger Mann. So, komm her. Waren die in der Ex, ey. Na, hab ich dich schon aufgesammelt hier in den grünen Jahr. So, gucken wir mal, weiter. So. Vorsichtig, Achtung, Achtung, Achtung. Dang, ha, 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 ha. Hm? Oder muss ich das aufsprengen? Jawoll. Woha, wäre schon beinahe runtergefallen. Bitte, ah, ja, ah, ist, ist das denn die Möglichkeit? Guck mal hier, Eko, ah, ha, 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 wie sieht das denn aus? Der Geile. Da kommt, ja, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Komm, ich warte auf euch. Ah, Musik ist weg, also. Wir gehen jetzt gleich mal da runter. Das ist ein Secret. Wie kommen wir denn da hin? Andere Seite? Oder muss man hier, ich kann mir hier springen. Warte mal, ich gucke mal, ob ich springen kann. Warte mal, warte mal. Ah, ich hab's geschafft. Yeah. Oh, cool. Was, oh, was ist das denn hier? Ich glaube, das hab ich damals nicht gesehen. Kann das sein? Oder ich war blind? Ah, ne, ich wusste ja. Ah, die sammeln mal so auf. Ich, Tierney. Hahaha. Okay. Oh, schön. So als Mettler, da sieht man doch sowas gerne. Hahaha. Ich weiß, die Mettler wieder, die Mettler wieder. Die denken sowieso nur an hell, hell, hell. Ja, warum denn nicht? Na, wo seid ihr denn? Ach, da bist du. Sag es doch. Jetzt kommt der Nächste. Boah, schatze. Mäuzchen. Ah, jetzt sind wir hier wieder oben. Eigentlich können wir gar nicht rausgehen. Hallo? Wo ist denn der Nächste? Ach, da. Komm her. Go put, put, put. Boah, die Physik-Engine ist ein bisschen blöd. Irgendwie, oder? Hahaha. Aber ich, wie gesagt, also ich, 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 ich feiere das Spiel ja immer noch, ne? Wenn manche sagen, Die ist aber ein Schein-Spiel, ich kann ja nichts als Spiel bezeichnen. Ich ja. So, wo seid ihr? Da seid ihr ja. Tschüss, dann tschüss. Ja, war klar. Hahaha. Das war aber klar, ey. Muss ja immer rundlaufen, damit man hier die grünen Dinger aufhören, ne? Ja, ja, ist ja gut. Tschüss. 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 Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Ihr Mönche. Ihr Mönche, ey. Da ist es denn? Jetzt habe ich alle grünen. Ah, da ist noch ein grüner. Hahaha. Tut mir leid, dass ich immer die Räume ein bisschen feiern will. Bisschen umgucken, was ist das denn hier? Ach, Gebete. Aha, aha. Also wenn das jetzt so ein christlicher Raum ist, wie können dann hier die Mönche so amok laufen? Ah, gut, gut, dass ich hier immer mal ein bisschen umgucke. Gucken wir mal raus. Oh, oh. Oh, oh. Na ja, gut. Dann wollen wir mal raus. Und. Schauen wir mal. Ähm. Warte, warte, warte. Ich denke mal, dass ich den hier machen muss. Aber ich gucke mal gleich. Ein bisschen Muni einsammeln. Gleich geht's los. Welche unten geht's los? Das ist der, ähm, genau, von dem, äh, genau, von dem Teil, wo man, äh, das Tutorial. Jetzt weiß ich's wieder. Ja, kommt. Was seid ihr? Was seid ihr? Was seid ihr? Äh. Ich hab doch eigentlich ein paar Braten gekriegt. Hallo. Ah, da ist er ja. Wo war's denn da? Grüner. Hab schon keinen abgetroffen, oder? Ach komm, mach mal hier. Mach mal Zermetzelung hier. Komm. Sonst werde ich zu sehr getroffen. So. Hier ist ein Grüner. Gehen wir hier auf die Grünen. Aber ich glaube, ach, die explodieren. Da muss ich aufpassen. Genau. Ah, so, so. Komm mal hier rüber, hier rüber. Hier rüber. Ja, wo haben wir, wo haben wir, wo haben wir. Mal die ganzen Liga mal einsammeln. Na, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Oh, da läuft der hinter mir her. Der läuft hinter mir her, die Sau. Das war aber jetzt schon so klar. So klar mit Hut. Okay, dann wollen wir mal zurück, zurück, zurück. Okay, Münzen einsammeln. Oh, jetzt haben wir mal gucken, was wir hier also haben noch. Hier ist nix, hier ist nix. So, komm, hier noch was. Äh, dat war mir ja so klar. Wenn, dann gucken wir uns das alle mal durch hier. So. Pop, 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 pop. Da haben wir auch ein bisschen Muni finden. Na. Man kann auch rechtsklick machen, dann kommen andere Muni raus. Wer es noch nicht weiß, der weiß es jetzt. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier hinten noch. So, hier haben wir noch einen Raum. Aha. Ah gut, hier muss ich alle powern. Tom. 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 Ich glaube hier irgendwo, wenn ich alle zerstöre, kriege ich irgendwo ein Secret oder zwei. Ich glaube, so war das. Ah ne, hier kann ich da ja. Hier rein, hier rein, hier rein. Da hier rein, aha. Da, pop, pop. Momentchen, Kaffee. Ah. Jetzt hab ich mich saut. Ah. Weiter geht's. Hier, ah, da sind auch noch einer. Hopp. Ja, cool. Das war so ein Teil, ja. So, haben wir alles? Haben wir sie noch alle? Ich glaube, wir haben sie nicht mal. Hehe. Hier ist zu, okay. Dann gehen wir weiter, wa? Ah, hier. Hier. Bop. Und noch, ja gut. Alles klar, alles klar. Ja, haben wir das hier, haben wir hier. Ja, habe ich irgendwo noch ein Secret oder sowas. Also hier oben gehen wir jetzt gleich rauf, glaube ich. Denke ich mal, hoffe ich doch. Oder? Daher könnte man gehen, nur jetzt nicht. Okay, alles klar. Dann. Da kann man nichts machen. Okay, dann gehen wir rein. Dann gehen wir jetzt rein. Ne, da war nichts. Ich hab gedacht, da wäre noch was gewesen. Okay, den Next. Komm, noch mal wieder hier. Ich glaube, seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr? Ja, 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 ist ja gut, komm. Lekt mich am Arsch. Oh. Oh, was bist du denn für ein Idi? Na, komm her. Oh, ja, ja, ja. Haut mir einer rein, genau. Scheiße. Na, komm weg, du Idiot. Weg, 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 weg. Oh, ich liebe es. Oh, ich liebe es. Kann man seine Aggressionen freilaufen lassen, ne? Ha, 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 ha. Liebe Leute, liebe Leute. Na, komm her, komm her, komm her, komm her. Oh, ich liebe es. Oder kriege ich nicht, doch. Wir haben schon kriege ich nicht, doch, ich bin leider auch gedacht. Steht der wieder aus, oder was? Na, Mann, wir nehmen mal ganz klein. Ah, komm her, weg hier. Da, ah. Ja, ich probier auch gleich mal die anderen Waffen aus. Keine Sorge. Oh, 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 oh. Was von den Deppen kommen denn da noch? Ja, ist es denn. Schon wieder so ein Depp. Dann muss ich irgendwas machen, damit die Deppen nicht mehr kommen. Bleibt mal einer. Was kommt denn da oben her? Ich geh mal hier rum. Ah, ich hab's geschafft. Ha. Ich hab's geschafft. Okay, jetzt werden wir mal alle Dinger hier mal aufsammeln. Ich weiß, ich hab viele Grüne verpasst. Ich weiß, ich weiß. Aber ist mir auch egal. Ich spiel das hier durch. Na, egal ist es nicht eigentlich. Ich wollte hier das alles eigentlich einsammeln. Na ja, gut. Wir gucken, dass wir uns bessern. Wir werden uns bessern. Liebe Leute, wir werden uns bessern. Guck, ich gucke, dass ich alles hier kriege. Okay, jetzt haben wir ein paar Wäffchen. Na, ist es denn? Ey, ich könnte kotzen mit dem. Boah, 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 boah. Jawoll. Geld. Geld. Goldmünzen. Ach, das wär schön. Wieder Gold. Am besten schaffen die die Goldmünzen herbei. Ja, it's secret. Ich hab was, ich hab was gefunden. Genau. Statt Euro. Ja, mach mal Goldmünzen. Was haltet ihr davon? Ich find das cool. So Goldtaler. Das wär doch geil, oder? Ich würde auch mal so ein Goldtaler würd ich gerne mal in der Hand halten. Wie, meinst du, so... Oh! Wie krieg ich den denn? Momentchen. Das werde ich über hier... Wie krieg ich den? Oder von der anderen Seite? Ähm... Ja, warte mal. Jetzt! Ach, warte mal. Da oben her. Ich muss da oben her. Momentchen, Momentchen, Momentchen. Ich muss den her. Ich muss den kriegen. Ich denke mir mal, das geht von der anderen Seite aus. Hier entlang, hier entlang. Oh, muss der denn jetzt so viel laufen? Ja, ich muss so viel laufen. Oh! Was war dat denn? Boah, die... Ey, hallo, du Sau! Warst du das? Naja, gut. Keine Ahnung. Ah, jetzt sind wir hier. So, nochmal aus. Und... Yeah! Gut. So, jetzt haben wir ihn. Und jetzt gehen wir hier weiter. Was ist das hier eigentlich? Gut, ich hab's eingesammelt. Wahrscheinlich... Ah, nee. Doch gut, vielleicht so Leben aufsammeln ist. Ich weiß es nicht. Naja, gut. Wenn das einer weiß, sagt, kannst du mir ja schreiben, was das genau ist. Ah, der Sack. Boah. Oh, oh, oh. Ich muss... Ey, hallo. Ah, ich bin langsamer geworden. Jetzt weiß ich's. Ja gut, aber schießen kann ich trotzdem noch, ne? So, wir machen jetzt... Äh, folgendes. Wir müssen uns jetzt ein wenig sputen. Okay, okay. Weiter, 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 weiter. Schnell, 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 schnell. Die anderen hier. Hä? Okay, 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 okay. Hopp, 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 hopp. Da ist so einer, der tut so was Blaues. Ja, scheiße! Ja, gut, komm, 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 komm. Eifer drauf, eifer drauf, eifer drauf, eifer drauf, eifer drauf, eifer drauf. Ich hoffe, ich geh nicht kaputt. Hier ist das gewesen, genau. Aha, aha, jetzt. Hopp, 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 weg damit, weg damit, weg damit. Oh, die müssen die Grünen einsammeln. Geil, die Grünen einsammeln. Schnell, 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 schnell. Oh, oh, oh. Die Grünen ansammeln. Da ist wieder so ein Typ. Ja. Da muss ich abknallen, diesen grünen Typen. Pass auf, fällt mir deiner. Schnell, schnell, schnell. Hä, was macht den da? Kopfstand? Habt ihr das gesehen? Ja, den Kopfstand gemacht. Komm, wie er ist in den Arsch. Da hab ich wieder klein gemacht. Aber ist egal. Ja, jetzt. Ah, komm, andere Waffe. Ach, Mensch, mach doch Wickel. Will nicht sterben. Ah, ja, bei 66, ne? Ich nehm die 66 noch nicht, weil ich will das erst im nächsten Level machen, okay? Dann haben wir nämlich 66. Dann können wir im nächsten Level uns ein bisschen, ähm, Painkiller-Style mäßig fortbewegen. Ist doch super. Okay, dann wollen wir mal alles wieder durchsuchen. Also, ich feier das auf jeden Fall, ja. Müs dich, richtig, müß dich. Ich find das richtig gut. So, jetzt knallen wir das mal hier unten ab. Ah, stopp. So. Ich dreh das Ding ab mal oben, vielleicht geht das so besser, ja. Okay. Wollen wir hier mal kontrollieren. Hier ist nix. Ein paar Munition müssen wir sowieso einsammeln. Okay, 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 jetzt gehen wir mal mehr. Hier haben wir hier nichts, hier haben wir nichts. Oh, jetzt gehen wir da hoch. Ich denke, man das war auf Gegner treffen. Muss ich mal gerade noch mal trinken. Ah, da ist der, da ist grün. Ähm, da ist der rote, aber ich will ja erstmal hier kontrollieren, noch was. Auch noch was, bisschen Sachen finden. Hier ist nix, hier ist nix. Da schießen wir den mal ab. Da schießen wir auch ab. Äh, na, wirst du wohl. Jawoll. So, bin ich an irgendwas vorbeigelatscht? Ich wüsste es nicht, ich wüsste es nicht. So, hier noch ein bisschen. Hier noch was wir knallen ab. Bob, 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 weg ist es. Hier waren wir, glaube ich, ne? Guck mal, hier rüber, hier rüber, hier rüber. Also, rennen können kann ich nicht, oder? Warte, jetzt tun wir mal ganz mal. Oh, ja, das war das. Okay. Ja, ich kann mal springen, ja gut. Ich würde sagen, wir laufen einfach so weiter. So, da wollen wir nächstes Mal gucken. Hier das oder das? Hm. Ja, komm, weiter. Checkpoint. Ach, die Scheiße. Den direkt mal abknallen, ja. Komm. So, weg damit und weg damit und weg damit. Ah, Schloch. Ja, war klar. Aber ist egal. Dreck mal hier so ein bisschen rum. Rum, 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 rum. Komm, weg, weg, weg mit dir. Ja, ich weiß. Ich bleib hier stehen. Darf ich nochmal nicht. Aber das wüsste machen. Ich kann mich nicht weiter bewegen. Also nicht schnell bewegen. Nur langsam. Aber anders geht's nicht. Na, komm, komm, komm. Ach, komm. Oh, du schaltest noch mehr von den Edis. Ja, ja, ja. Genau, 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 genau. Ja, ja, ja. Richtig. Ich brauche grün. Ich brauche grüner Stub. Mach weiter. Ja. Ja, ja. Aber genau, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Ich glaube, ich muss da hier mit dem Zielpfeil drauf. Ich muss mit dem Zielpfeil drauf. Ja, komm, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Komm, ich brauche mehr. Bevor das hier weggeht. Oder habe ich es geschafft? Nee. Scheiße. Ich kann direkt einsammeln, die Grünen. Da muss doch irgendwo was sein. Oder läuft der mir wie den Tayadys, Sau. Ja. Ha, ha, ha. War das nicht eine geile Idee, die aufzubewahren? So, jetzt gehen wir nochmal gerade suchen, bevor wir hier das Level beenden. Und dann auch die Folge beenden, würde ich sagen. Okay, alles klar. Und. So. Dann gucken wir uns das mal. Oh. Alles klar. Okay, meine lieben Leute. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bei Pain Killer. Das Original. Das Original. Euer Zay. Bye.